hey leute willkommen zurück zu uns ja wir sind gerade auf der flucht von den männern das war nicht so toll ja habe ich dich blöd mann offroad ist viel cooler hier ist rutschig tut mir leid ich wollte nicht zerstören ich habe noch ein paar panzer für dich heute macht mal platz bitte möchte ich nicht verletzen wahrscheinlich schon zu viele ums leben bekommen ich finde die beiden super selbst in so situationen haben sie noch spaß an der sache doch das tut mir leid es tut mir leid es tut mir leid ich mach das hervorragend ich kann zwar hier mit stück seife in der badewanne aber das sind arschbacken aufhören jetzt ich werde sterben fahr doch hier steht ein bisschen weg ja ich fahr mal hier lang ich glaube ich bin ja falsch warte bist du wahnsinnig nein ich habe doch keine treppe rauf okay alles gut wir haben nur ein schlussloch vorne meinst du ich sag mal meine fresse auch wenn du meinst in dieser stadt können wir uns nie wieder blicken lassen nee ich glaube auch nicht du das ist das war es ein weiterer ferienort den wir streichen können kannst du mal aufhören mit deinem bagger hier ich will ja nur durch ja danke ja hab's vernommen danke oh wow leute was ist hier los ist der wahnsinn dann soll der laster mal vorbeikommen das schaffen die bestimmt irgendwie oh gott oh das war knapp hallo na da oben alles gut oh gott da ist der turm wir sind fast da alter aussah nach sam hey ich glaube da ist er da drüben das ist gut was denkste was ich hier mache war was zur hölle wach geht zu ihm keine ahnung folge einfach diesen konvoi da was machen wir da vorne sind sie haben die langsam genug schläge auf uns gehetzt ja wir leben doch also wohl doch nicht ach du scheiße leute was für die action hier ich packe es ja nicht oh gott das ende oh sorry wir müssen frei da sind sie weißt du wie wir es aber reicht nicht aber die straße ist bei seine kleine ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß oh nee nee hier denk du mal was jetzt kann ich durchgedrehen oh gott was mach ich hier was mach ich überhaupt oh 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 scheiße oh komm schon kletter hoch man oh god oh god oh god oh god kletter hoch kletter hoch kletter hoch oh ja das merke ich oh oh kannst du mal aufhören um mich zu schießen bitte hast du davon penner gesichter oh guck mal wie er das hey alles klar kumpel oh gott oh das war ein kopfschuss sehr schön und schwingen höh oh oh god so du penner gesicht lass meinen Bruder in Ruhe lass sie haben in Ruhe Mensch au 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 hör dir mal bitte aufhören um mich zu schießen muss mal ganz kurz bisschen ausruhen ja geh weg oh ja ich sehs schon heee heee kannst du mal ruhig halten oh ne heee heee ja jungs könnte mal oh god nein ah warte ich denn mal die Rutsche Dankeschön hab ich noch ne Kooperation oh oh na komm Nate rauch mit dir komm rüber oh nein das war dumm er hat gesagt nichts wie weg das hab ich bisschen falsch interpretiert vielleicht oh was war das denn oh tschüss hey penner gesichter weg mit dir oh gott was mach ich denn da Hilfe okay hi hi bams und weg mit dir hey Kuppe haas gesicht tschüss boah ich hoffe Sully gehts gut übrigens yeah kann ich noch zielen? ne kann ich nicht ich kann nicht mehr schießen das ist schlecht hey vorsicht ouch was war das denn? mein neues Auto oh achso na gut alles cool na komm schon hey oh shit ich hab keine Google mehr jetzt muss ich immer ganz schnell hier au 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 hallo kannst du mal aufhören weg mit dir ja schweine backen jetzt geht er ok warte ja das ist so wahnwitzig Leute ja aha glatt gemacht noch mehr von euch säcken ha ja was ist hier los was macht man nicht ja macht man nicht oh der wird auch schon wieder springen der Sack was willst du? oh oh häuser aha war aber nix Sam komm her da ist er ey lass Sam in Ruhe mit mit Pennergesichtern Sam komm her komm schon komm her ich versuch's ok ok schwing rein Sam schwinge das mal ab der Auto ich bin schneller diskutier nicht rum vorsicht verdammt oh oh scheiße oh scheiße oh komm nix jetzt aber raus hier komm ich muss hier raus ja da sagste was oh oh nein daneben der Hebel oder ja der Sitz zum Sitzverstellen kein Risiko verdammt das ist nicht gut scheiße der lebt Ja, hat er überlebt. Ihr aber nicht. Oh nein, scheiße. Nicht das Ding schon wieder. Hast ja recht, Mensch. Los! Okay, okay. Boah, scheiße. Oh, dann guck ich über einen Terminator. Oh, scheiße. Jetzt zerfalle euch den Motor. Oh, scheiße. Alter. Das ist der Wahnsinn. Heilige Scheiße. Oh. Alles klar? Das war die beste Verfolgungsjagd der Welt. So nenne ich den Part. So, fertig. Beschlossen und verkündet. Hoffentlich geht es alle gut. Nochmal. Okay, die Luft ist rein. Ja. Okay. Prodeus Quod Likentier. Sieht wie ein Monogramm aus. Für Gott und die Freiheit. Das ist ihr Motto. Die vielen Paradies-Hinweise. Wie konnten wir das übersehen? Wie ich sehe, seid ihr zwei okay. Viel besser als okay. Wir haben Libertalia gefunden. Lieber, lieber, was für ein Ding? Libertalia. Wie es scheint, begründete Avery die legendäre Piratenkolonie. Eigentlich war es eher ein Piraten-Utopia. Ja, okay, okay. Und der Schatz? Nach den Erzählungen bot dieser Ort Unterschlupf für hunderte, vielleicht tausende Piraten. Und sie haben alles geteilt. Ihren Besitz, Ressourcen. Geld? Und sie haben es alles in einem großen Schatzhaus aufbewahrt. Okay. Und? Wo ist diese heilige Stätte der Kommunisten-Piraten? Genau hier. Diese Insel. Gleich nördlich von Kings Bay. Und Rafe hat eine Kopie davon. Ja, aber bis Rafe das verstanden hat, sind wir längst auf dem Weg nach Libertalia. Ich sag's dir. Dieser Schatz gehört so gut wie uns. Oh, Mist. Wie läuft der Job in Malaysia, Nate? Du bist wohl vom Kurs abgekommen. Elena ist... Ist nicht so, wie es aussieht. Wirklich? Denn es sieht so aus, als... Wer hat dir auf der Suche nach Henry Averys verschollenem Schatz? Und bei den vielen Shoreline-Soldaten, die in der Stadt rumlaufen, seid ihr doch bestimmt nicht die einzigen, die danach suchen. Okay, also... Es... Es ist wohl doch so, wie es aussieht. Aber... Aber ich kann das erklären. Ähm... Ähm... Das... Das hört sich jetzt vielleicht verrückt an. Nur zu. Also zuerst mal, ähm... Das ist Sam. Sam Drake. Mein Bruder. Hi. Tut mir leid. Ich... Ich dachte, er sei in Panama im Gefängnis gestorben. Aber... Da lag ich offensichtlich falsch. Er saß 15 Jahre lang da drin. Und das meinetwegen. Und der Typ, der ihn rausgeholt hat, will viel Geld. Und zurückzahlen können wir diese Schulden nur mit Averys Schatz. Aber wir haben ihn gefunden. Er ist auf einer Insel vor der Küste. Okay, hör auf. Gab es... Jemals... Einen Malaysia-Job? Ähm... Ich... Ich... Okay. Komm schon, warte. Elena, warte! Ich verstehe das einfach nicht. Hey, ich wollte es dir erzählen. Mir reicht! Das wollte ich wirklich, aber wie sollte ich? Es einfach sagen? Ich musste dich schützen. Das ist Blödsinn, Nate. Du hast dich einfach nicht getraut, es mir zu sagen. Schon wieder! Ich wusste, dass du so reagierst. Wie würdest du reagieren? Du hast mich angelogen. Wochenlang. Wärst du tot, hätte ich... Hätte ich davon nicht mal was erfahren. Und jetzt hast du einen... Bruder. Wer bist du? Komm schon. Ich bin's. Komm schon, ich bin's. Diesmal ist es anders. Oh mein Gott. Ich muss ihn retten. Der Schatz ist mir vollkommen egal. Dein Gesichtsausdruck, als du in dieses Zimmer kamst. Wenn du mich genug angelogen hast, solltest du aufhören, dich anzulügen. Mein Flugzeug wartet. Mach du, was du tun musst. Hey. Hey, was machst du? Lauf hier nah. Wir sind hier noch nicht fertig. Vielleicht wären wir das besser. Was meinst du? Dass es vielleicht einen klügeren Weg gibt, Sam zu retten. Und er wäre? Wir besorgen ihm eine neue Identität. Wir, wir lassen ihn irgendwo untertauchen. Er saß 15 Jahre im Gefängnis. Er wird nicht untertauchen. Okay, gut. Lauf du deiner Frau nach. Sam und ich gehen nach Libertalia. Ohne mich? Komm schon. Du bringst euch beide um. Oh, wirklich. Junge, ich mach das hier schon verdammt lange. Ich glaube, ich komm schon ganz gut allein. Hey, du willst helfen, Sullivan? Hab ein Auge auf sie. Wie du meinst. Kann ich dir irgendwie helfen? Geht schon. Pack deine Sachen. Hey, Nathan. Ja, Land in Sicht. Na, was sagst du? Ah, ziemlich cool. Übernimm mal das Steuer. Weißt du, diese ständige Herumlaufen und Überleben um Haares Breite, wir haben uns nie Zeit genommen, einfach mal zu genießen, wie weit wir's gebracht haben. Ich glaube, vielleicht habe ich's, ähm, diesmal einfach zu weit getrieben. Na, wer weiß, Leute. Ich mach hier leider einen Cut, denn die Folge ist lang genug. Wir sehen uns wieder zum nächsten Part von Uncharted 4. Ich freu mich drauf. Bis dann.